Wir haben ja kein Torpedos in die Luft jagen. Man muss ihn nur treffen. Nicht ganz einfach. Ah, stirb. Ah, Torpedo, geh weg. Geh doch weg. Hallo? Geht's mal irgendwo nach unten? Wo ist hier unten? Was zur Hölle? Wo war unten und oben? Scheiße. Also, die Sichtweite war gerade eben ein bisschen kurz. Hat super funktioniert. Ganz toll. Es läuft super gerade. Ich brauche neue Panzerung, neue Waffen. Ich brauche irgendwas Atomares. BASTIER! Was? Wie? Nicht identifiziert. Verdammt doch mal, identifizier das Ding. Boah, 30 Meter. Ich brauche noch nichts Ding. Es ist so scheiße. Ich kriege mal wieder nichts auf dem Sonar. Toll. Ich kann es nicht anvisieren. Nein. Nachbar, nein. 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 Irgendwas bewegt sich da. Das kann ich. Das will ich. Das will ich. Das will ich auch. Hallo? Jungs, fliegt ihr auch mal los? Oh, wegen 2 Millimeter. Fack's nicht. So, jetzt nochmal. Also, ich möchte gerne diesen Schokonatscamper haben. Jetzt muss ich ihn einfach nur abschießen. Einfach nur abschießen. Also, darf ich nicht abgeschossen werden, dass ich ihn abschießen. Oh, stirb doch. Na mal, stirbst du mal bitte? Ja, Feuer. Oh, weg. Gas, 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 Gas. Ah, viel Gas. Woh, 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 geh weg. So, ich bin schon wieder so tot. Ach doch, kacke. Was kommt denn da? Da ist der Bomber, oder? Von dem halte ich mich mal fern. Das war beim letzten Mal schon keine so gute Idee, frontal in den Rhein zu fliegen. Aber das sind noch kleineres Schiff um mich herum. Ja, ich fliege natürlich. Frontal auf den Bomber zu. Von dem ich mich fernhalte, oder? Sehr gut. Ich hab's einfach so drauf. Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Bist du nicht tot, oder? Lebst du immer noch? Ach, das läuft ja super. Wie ein Profi fliege ich gerade. Das ist das neue Schiff, ich muss mir das gar nicht gewöhnen. Wie heißt das Ding überhaupt, dass ich jetzt hab, das boh? Hätte ich mal nachschauen können, ne? Hätte ich mal nachschauen können, ne? Und noch ein Söldner, den nacht man auch noch platt. Abschalt, dass ich nicht... Abschaltung der Achtung. Weil die Klinik liefiert. Boah, schnell weg, schnell weg. So, in die Luft ja. In die Luft ja. Schießen, 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 schießen. Ach, leck mich doch. Ich bin so gut, ich habe die Torpede doch noch abgeschossen. Bombe habe ich hier noch. Will ich den wirklich angreifen? Ich glaube nicht so. Nicht so wirklich. Vielleicht will ich ihn scheinbar doch angreifen. Ich kann jetzt einfach auf Distanz bleiben, weil ich habe jetzt 140 m Reichweite und 41 m. Na komm, krieg doch mal die Luft. Was haben wir jetzt noch so oft? Die ist da. Die kann ich gar nicht in die Luft jagen. Da ist ja noch einer. Kann ich nicht anwisten. Ach, leck mich. Ich brauche endlich mal ein vernünftiges Sonar. Was ist die Isch? Da braucht eben noch einer. Aufschaltung geordnet. Wo sind die denn? Wir brauchen hier Unterstützung. Ja, wo denn? Nein, nein. Wo zur Hölle sind denn die? Ich sehe sie rumfliegen, aber jetzt sehe ich sie nicht mehr. Toll. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Hä? Aufschaltung geordnet. Was? Sind das nur Torpedos oder was? Die verloren. Scheinbar sind das nur Torpedos. Oh, wie habe ich jetzt alles getötet? Aufschaltung geordnet. Nein, da liegt noch. Nein, das sind nur Torpedos. Das sind Torpedos. Ich kann Torpedos nicht jagen. Ah, hör doch auf auf mich zu schießen. Oh. Versuch nach Osten zu fliehen. Ist das jetzt eher gut oder eher schlecht? Auch schaue sich gerade nicht. Ah, vermutlich Brauche ich ein Leben. Ich werde ein Boot parallel gefühlen Nein, nicht schon wieder. Was? Ach komm, leck mich. Kann ich nicht mal eine richtige Panzerung kaufen? Nach allem in der Festung. Vorhin haben sie es mir ewig reingedrückt, alles mögliche, was ich dann nicht kaufen kann und jetzt, ja, jetzt könnte es, oder was ich, beziehungsweise gar nicht erst einbauen kann und deswegen auch nicht kaufen kann. Jetzt kriege ich es richtig reingedrückt. Ich halt immer wieder dagegen knallen, ne? Umgehend zurück zum Rudeln, ja, ja. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon, Baby. Okay, Baby, ich bin da. Kommst du jetzt auch? Oh Gott. Wenn mir nichts mehr einfällt, kann man über irgend sowas nichts hinmachen. Wir richtigen mal den Zeltner an. Wir schießen dann erstmal vorbei. So, ich lasse die jetzt mit dem Vorkommen. Na, guck mal an. Ich stirb schon. Hör auf mich zu ran, Mann. Kann man sich mit dem Tupeder aufs Lipps abschießen? Also, wenn man da reinfliegt, wenn der Höhe gegenfliegt, äh, ist schön, ne? Und tschüss. Ich bin schon wieder so wie tot vorne. Ist doch scheiße. Ja, ja, Ausschaltungen geordnet. Ich werde dich gleich mal über einen Hammer auf deinem Kopf hin. Ich bin schon wieder halbtot. Ach so, halbtot, ja. Ich bin schon wieder viertelstot vorne. Viel verstört. Und halbtot rechts. Ah, rechts bin ich halbtot. Ich will mich doch von dem Ding fernhalten, habe ich gesagt. So, jetzt bin ich schon zu einem Fünftel tot. Jawohl. Ich bin hinter ihm. Nicht Feuer, Dauer, Feuer. Du, hör auf, durch Berge zu fliegen. Oh, Gas geben. Stirb. Was? Ach komm, der ging vorbei. Oh. Es nervt gerade ein bisschen die Mission. Ja, komm, das kennen wir schon. Warum muss er das überhaupt immer wieder anzeigen? Das habe ich schon beim ersten Mal nicht wirklich interessiert. Denn ich habe aufgepasst und weiß, was ich tun muss. Alles in die Luft jagen. Toll. Ja, ja, komm, hier. 30 Meter. Tun wir nichts. Die Ladung stimmt. Können wir nicht erst angreifen und dann nachprüfen, ob es stimmt? Ich schieße jetzt einfach mal meine eigenen Leute ab. Das ist viel einfacher, die schießen nämlich nicht zurück. Glaube ich. Oder? Ja. So, wir fliegen gleich mal wieder rückwärts. So, reicht. Oder was? So, habe ich da jetzt fünf bei Schritten. Nee, egal. Egal, Karl. Feuern. Oh, oh. Ich gehe mal auf dem Boot. Torpedo. Ist weg. So, ähm. Ah. Ah. Bist du auf, auf mich zu schießen? Viel zerstört. Geht doch nicht. Schieß doch auch nicht einfach auf. Okay, vergiss das. Vergiss den letzten Satz. Oh, Zollkern. Okay. Toll. Schalt es wieder ab, die Aufschaltung, wenn du geordnet hast. Das ist identifiziert. Ui. Da kommt aber nahe. Ja. Machen wir es mal anders. Immer wenn sie sich zu mir herdrehen, fliege ich ganz nach dem Boot. Da ist wieder einer draufgegangen. Äh. Scheiß, Torpedo ist er immer. Näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Na, Feuer. 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 Das ist jetzt auch noch nie passiert. Toll, da kann ich ein bisschen gleich wieder neu starten. Viel zerstört. Einsatzziel, nicht aufschaltung geordnet. Ah. Dann hängt man immer an einer Mission Ewigkeiten. Ach. Ich wecke mich doch. Was ist das für ein Tipp überhaupt? Schokolade-Arts-Gegner sind harte Gegner, ey. Soltan. Na. Was ist denn jetzt los? Ja, ich sehe schon. So, nach diesem kleinen Aufhänger sind wir schon wieder da. Wurde ich zuletzt gespeichert? Na ja. Also wie ich sagte, ich habe hier gespeichert, sage ich doch. Ich habe doch gleich gesagt, ich habe da... Ja, ich kann ja nicht... Moment, Moment, warte mal kurz. Das ist kein Hörlöss, oder? Warum kriege ich hier doch ein Spy 1 System angeboten? Warum? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Nicht im Geringsten. Na komm, lass mich endlich starten. Ja, ja, wir warten. Bla, 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 bla. Warum muss ich mein Schiff beschädigen lassen, damit ihr wisst, was zu fressen ist? Wow, das Ding hat aber auch eine perverse Reichweite. Los geht's, mischen wir sie auf. Warum wollt ihr Cutten mit denen spielen? Ich verstehe es nicht. Was zur Hölle? Kannst du mal aufhören, mich aufzuschalten? Was zur Hölle? Es gibt noch mehr Ziele als nämlich. So, und ich... Da ist ja keiner. Die kommen doch nur von da. Was soll der beschiss? Nee, das will ich nicht. Das auch nicht. Geh doch weg. Geh doch weg. Ja, 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 ja. So ist gut. So macht's gut. Schön beschießen lassen. Und das Spiel hat mich nicht getroffen. Ich bin doch immer in den 90ern Bereich. Cool. Ich hab's mir da so drauf. Warum Ты? Keine Abschaltung geoffelt. Wir schießen das von der Bombe ab. Der hat mich vom nächsten Mal. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Gott, oh Gott Gott, nein! Ah, fuck! Maaaaaannnnn. Was?!" Oh, der trifft mich natürlich auch noch. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Wo kommst du denn nicht weg? Ich fliege jetzt einfach nur hinterher. Dann schießt du auch nicht auf mich und nix. Dann stirbst du jetzt bitte mal, danke. Ne, wo gehst du denn jetzt lang? Da geht es irgendwo hin. Ah, da. Okay. Ich fliege sogar in die Richtung. So, mein Schiff ist schon wieder knallrot. Ach, ich habe ein knallrotes Gummibohr. Über ein knallrotes Gummibohr fahre ich alle Feinde tot. Will ich den Bomber angreifen? Ich glaube eher nicht. Das ist doch das Schiff. Das Schiff ist böse. Geh weg, Schiff. Geh weg! Ja, ich bin aufgeschaltet. Toll. Ui, da ist noch ein Gegner. Ich würde ihn doch gerne mal erfassen können. Erfass ihn doch mal, also. Warum denn auch nicht? Hör auf, durch den Boden durch zu fliegen. Das ist doch ungefähr. Ja, was können die da so behauen? Hast du Probleme mit der Wegfindung oder was? Und wieder einmal weniger. So, gut. Ich freue noch, wenn ich die Isch da will ich nicht sprengen. Gut, hat sich erledigt. Was, da ist noch einer? Das ist eine Tupede, das ist eine Tupede, okay. Ich will mal ein bisschen an die Höhe gehen, glaube ich. Wo sind die Isch da jetzt hin? Die ist verschwunden. Ach, na, da ist sie auch. Achtung, Systemzusammenbruch droht. Ja, gut, macht ihr das dann mal fertig? Wir brauchen Unterstützung, komm her. Wo denn? Na, wo braucht ihr denn jetzt Unterstützung? Ach, der Käpt'n versucht, nach Osten zu fliegen. Ja, sie können mich aufschalten, ich aber sie nicht. Ich habe euch aufliegt, Leute. Ach, komm, leck mich doch. Machen die anderen auch mal irgendwas? Ich habe gerade nicht so das Gefühl, dass sie irgendwie... Ich nix mache, machen die gar nix. Ach, komm. Schon beschädigt hier. Ich will eigentlich in die Feste, um mir richtige Waffen und Panzerung kaufen können. Und einen neuen Reaktor und keine Ahnung. Besseres Sonar und sowieso alles besser. Oh, schnell. Entschuldigung, das ist 3% weg. Das ist halt jetzt mal wegen leichter Ramm. Was schießt der dann überhaupt auf mich? Vielleicht kann dieses Schiff verdammt nochmal schießen. Kacke hier. Ich bin immer noch irgendwie aufgeschaltet, kann das sein? Oder blickt das einfach so aus dem Spaß da unten rechts? Würde mich auch nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Na komm, krieg doch mal weg hin. Das will ich erst immer scannen. Äh, scannen, ja. Scannen. Die haben echt immer noch mich aufgeschaltet. Hallo, geht's noch? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich will es erst mal doch. Die haben mich immer noch nicht. Ich packe es nicht. Na ja, jetzt haben sie, glaube ich, aufgehört. Guckst du, schaltet die... Wieso übernehmen, wenn ihr das Geschütz schützt? Ich bin nicht in dir. Wenn ihr das Schiff schon übernehmt, warum schaltet ihr die Geschütze nicht um? Also, dass sie dann auf Feinde schießen. Anstatt auf die eigenen Leute. Wäre das nicht irgendwie logisch? Also, würde ich jetzt zumindest das machen, oder? Na ja, jetzt verpiss dich mal. Ich will dich nicht treffen. Zollst du noch rum und dann... Scheiße. Was zur Hölle? Zwischen Entfernung kann ich noch Torpedos auf mich schießen. Was? Immer noch? Wie viele? Ah! Du musst Distanz gewinnen. Beim Flaschenwerfen. Boah, alter, was das... Was zur Hölle?